Ich dachte für einen kurzen Moment, Dave findet die Taste nicht, mit der er Feuer speien kann und ich hätte nie anfangen können zu sprechen, aber ich bin da und wir sind bei Spyro 3 und der Dave ist auch dabei. Das einzig. Ja. Ich danke dir dafür. Ja, wir kommen zurück. Wir kommen zurück bei Spyro 3. Yeah, of the Dragon. Yeah, man. Yeah, of the Dragon. Entschuldigung, wenn schon, denn schon. Wenn schon, dann ganz zuckzuimäßig. Ja, du hast jetzt die glorreiche Aufgabe. Wir sind ja hier in der vorletzten Folge, war es glaube ich an der letzten Folge, in diese zweite Welt reingekommen. Zwar heißt die Gartenstadt, sieht auch sehr schön aus, wie ich finde. Und du hast jetzt die Aufgabe, herauszufinden, was wir machen sollen. In welche Welt sollen wir rein? Wir haben hier die Zaubertürme zum Beispiel. Das macht nur bedingend Sinn, da reinzugehen, muss ich allerdings sagen. Wir können es zwar schon machen, aber wir können noch nicht alles machen da. Wir könnten Sergeant Bird befreien und seine Welt machen. Wir könnten auch in, was ist das? Die spukenden Sümpfe. Wir könnten aber auch in die Bambus-Terrasse, auf die Bambus-Terrasse drauf. Oh, die ist hübsch. Oder wir haben noch eins. Ne, wir haben hier noch die Querfeldeinstrecke. Das ist ein Fluglevel oder so. Ja, das hatten wir ja gerade. Ich wäre tatsächlich für die Bambus-Terrasse. Ich glaube, das mochte ich sehr. Okay. Und wir haben hier noch die Eisspitze. Das Eislevel. Ja, ja, das kenne ich sogar noch. Aber ich wäre tatsächlich für die Bambus-Spitze, würde ich gerade sagen. Wenn ich mich schon entscheiden darf. Ja. Wobei ich auch dazu sagen muss, das können wir auch noch nicht zu 100% machen. Ja, dann mach doch, was du willst. Nee. Nein, doch, ich frage dich ja. Nein, wir können das ja schon... Machen wir so lange Vorschläge, bis du das Gefühl bekommst, auf das du Bock hast. Nein. Nein, wir können das ja schon machen. Wir können halt nur noch nicht alles machen. Aber wir machen die Bambus-Terrasse gerne. Wenn du das möchtest... Ja, ich hab's nur vorgeschlagen. Ja, dann machen wir das noch. Gut. So. Punkt. Dave, kurze Frage. Wirst du das Crash-Team-Racing-Remake auch let's playen? Lass mich für Dave antworten. Ja, macht er. Das ist im Bereich des Möglichen. Allerdings müsste ich mir das dann besorgen, wenn's rauskommt. Und ob ich da dann so das Geld für übrig hab, weiß ich nicht genau. Ich bin ein... Das kommt auf jeden Fall raus. Ja. Ich bin ein armer Azubi, das darf man nicht vergessen. Und Tono liegt auf Arm. Ja. Ja? Ja. So. Wen haben wir denn hier? Wir werden schon den ganzen Tag von Rhinoxen schikaniert. Link. Deshalb konnten die Arbeiter nicht den Bambus für den Kreisel sammeln, der dich zum Abendsee bringen soll. Wir haben sie weggeschickt, aber sie hören nicht auf uns. Tja. Passiert, ne? Shit happens. Die sehen auch geil aus. Die haben so chinesische Gewänder oder sowas dran. Aha. Schön. Oh, dieser Bambus, der hier so wächst. Das ist doch sehr auffällig. Ja. Das ist doch bestimmt irgendein Könnerpunkt oder sowas. Könnte. Ich bin mir nicht... Also einmal hab ich verzweifelt, alles versucht abzufackeln und es gab nichts mehr rum. Das weiß ich auch noch. Ah ja, das war bei Schmelzkratern, ne? Mit den Blumen. Ja, genau. Auch das war ein Mist. Ich hab gedacht, scheiße, jetzt hast du irgendwo eine Blume übersehen, aber hier war der Könnerpunkt, was gar so anders ist. Und ich wusste von vornherein, dass es das nicht ist und hab's einfach mal genossen. Sehr schön. Du packest gerade die ganzen Leute ab. Ja, hab ich auch gehört. Aber nun. 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 Das Let's Play von der Jullo muss ich auch noch weitergucken. Das kann ich übrigens auch sehr empfehlen. Stimmt, die spielt das ja auch aktuell, das Spiel. Die spielt Crash, ne? Crash. Nee, Spyro. Ah, Spyro. Ich hatte... Ja, okay. Das sieht auch sehr schön aus. Oh, ich mach das. Mit dem Blau und den Farben und alles und den Mustern und sowas schön. Mit dem Blau und den Farben. Ja. Ja, weil Blau ja bekanntlich keine Farbe ist. Ich mein, das weiß man doch. Deswegen. Sag das ja so. So sieht's mal aus. Du hast es eher fast... Wie ein Scanner. Ich bin sprachlos. Das find ich gut. Ich hatte da drauf gerade nichts zu erwidern. Ach ja, geil, die Stiere. Ja. Ei, ei. Zweid. Den könnte Dave, äh, Dave. Den könnte Dennis sogar aussprechen. Stimmt. Ohne Probleme. Jetzt denke ich ja wieder so ein bisschen an The Walking Dead. Äh, bei Dwight. Okay, ja. Ich, ich... Ich wollte... Aber ich finde, wir sollten jetzt nicht darüber sprechen, weil viele das vielleicht noch nicht gesehen haben. Das ist wohl wahr. Ja, das ist wohl wahr. Das ist nicht unbedingt... Das ist nicht unbedingt der beste Zeitpunkt jetzt, um darüber zu diskutieren. Meinst du nicht? Ich glaube nicht. Ah. Ja, könnte ich recht haben. Ja, vielleicht. Ja, weil du es bist, sag ich mal nichts. Ja. Ja, meinetwegen können wir, aber ich glaube nicht, dass das gerade ratsam ist. Ja, ich glaube, das bringt nicht so viel. Entweder, entweder hast du Leute im Chat, die halt total die Ahnung haben, oder du hast Leute im Chat, die überhaupt keine Ahnung haben, oder du hast Leute im Chat, die es auch gar nicht interessiert. Ja. Punkt. Richtig. So. Ich gucke nochmal eben hier rum. Hier haben wir nämlich auch nochmal ein paar Sachen. Dann flug das vom Himmel. Ja. Ja, das war er, genau. Ist nochmal ein Bambus? Das ist 100 Pro, weißt du, das kann mir auch keiner erzählen, hör mal. Gär, gär, gär. Das ist halt bei den Blumen auch gedacht. Gär, gär, gär. So. Ja, das ist, ja, das ist... War das im Original auch schon so, dass die so Schirme aufgespannt haben? Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon, ja. Wer kommt denn jetzt? Madison. Square Gun. Der muss sich, wo ich es an viele The Walking Dead denken, weil da ist Madison eine der Hauptfälle. Garantie. Ja. Resident Evil wäre ja auch nochmal was, was ich noch wieder filmen könnte. Ja. Das wäre dann aber alles, ja gut, blind nicht in dem Sinn. Ich kenne die Spiele ja durch dich unter anderem, aber... Also Resident Evil 1 ist ja auch sehr human. Das kriegst du bestimmt zu. Ja, ne? Das ist, dachte ich halt auch. Das ist schon das Einstiegsspiel. Nur dann, da fängt es ja wieder an. Dann ist ja wieder die Frage, spiele ich das Originale? Oder spiele ich das HD-Remake? Oder was spiele ich? Ich hätte das Original gespielt. Aber das musst du entscheiden, natürlich. Also das Remake ist auch super. Ich mag das total gerne. Ich kann ja beide spielen. Das auch. Erst das Original. Also aus erfahrungstechnischen Gründen würde ich wirklich das Original zuerst spielen. Aber wenn du das Remake zuerst spielst, dann ist das Original sehr farblos. Weil das halt, eigentlich ist ja das gleiche Spiel halt nur mit wesentlich weniger Wegen und mit weniger Aufgaben. Und eigentlich bringt es dann fast nichts mehr. Weil du kannst die Erneuerung im Remake erst genießen, wenn du das Original mal gespielt hast, finde ich. Mhm. Dann weißt du es mehr zu schätzen, das Remake. Das ist ein durchaus sinnvoller Punkt, die Lila macht. Fast schon ein Doppelpunkt. So wichtig ist der. Du hast, glaube ich, den grünen Edelstein vergessen, ja. Den Lilanen, der grün war. Nee, den grünen, den du vorher eingesammelt hattest, meinte ich. Aber ich habe ja den Lilanen auch vergessen. Der Vier hätte dich jetzt wahrscheinlich totgeschlagen, weil Lilanen gibt es nicht. Den Lilanen? Den Lila Edelstein kann man sagen. Eben. Aber den Lilanen gibt es nicht. Da dreht sie mir jedes Mal der Magen um. Das war der Lilanen Edelsteine gewesen. Eben. Herr Deutschprofessor. Da ist es auch wieder ein grüneres. Ja, den hast du natürlich gemeint. Nee, ich meinte den, den du vorher eingesammelt hast. Bevor du die Lilanen... Bevor ich den Lilanen eingesammelt habe. Ja. Ja, ja. Ach, übrigens, ja genau. Eine Tradition, die wir jetzt mittlerweile seit, ich glaube, drei oder vier Jahren pflegen. Hallo Steffi. Aha. Muss sie sich das letzte Mal wieder angucken. Ja, grüße an Steffi, stimmt. Genau. Damit sie sich das hergucken muss. Sie wurde erwähnt. Ja. Magst du die alle wieder nach, die Bambusteile? Nee, ich bin gerade nicht sicher. Ich glaube nicht, nee. Umso stutziger macht es mich. Verdächtiger, ja. Da oben ist ein Lab in, oder was ist das? Ja. Es kann natürlich sein, dass von diesem Bambusgedöns auch noch was im optionalen Bereich ist. Den wir ja noch nicht machen können. Weil wir dafür nämlich Bentley brauchen. Ja, ich bin schuld. Ich weiß. Nein, das wollte ich doch damit da nicht sagen wollen, Mann. Ah. Meine alten Männer. Ja. Sprichst du nicht mit Ping Ping, oder wie sie heißt? Geht's gleich. An's am Mann. Prioritäten, Edelsteine. Ja, das stimmt. Die werden mir auch wichtiger. Musst du früher oder später wieder Baron Börsenbär bezahlen. Baron Börsenbär. Ach, das war ne Vase. Das war, ja. That war the Vase. Vase, Vase. Darum heißt die Vase, Vase. Zu einer richtigen Spyro-Diskussion, oder einem richtigen Spyro-Durchlauf, gehört jetzt auch eigentlich wieder die Diskussion, wann ist eine Vase eine Vase? Und dann war das kein Krug, kein Krug. Ja, ich kürze das mal ab mit Henkel und fertig. Für mich hat ne Vase keinen Henkel. Ja. Ja. Jetzt weißt du auch grad nichts, was du sagst. Das ist schön. Nee, ich bin am überlegen. Ich bin am überlegen, wo die Vase hin ist. Wo war das? Ja, das Bild hab ich mir jetzt ehrlich gesagt grad nicht gemerkt. Ich auch nicht. Ich hab mir das zugetan. Ja, das ist gut. Wofür hab ich denn den Gastkommentator? Ja, um Blödsinn zu labern. Hast du doch grad selbst gesagt? Habe ich gesagt, dass ich Blödsinn laber oder habe ich den Blödsinn gelabert, den ich gesagt hab? Nein, du hast gesagt, dass der Gastkommentator dazu da ist, Blödsinn zu labern. Vielleicht ist ja die Vase an einem Ort, wo wir noch nicht hin können. Ein Land vor unserer Zeit, das könnte natürlich sein. Wobei normalerweise wandert ich auch immer rückwärts durchs Level zurück, die Vase. Ja. Oder? Ja. Wo? Hier vorne kann es ja eigentlich nicht sein. Wäre ja schon fast am Anfang des Levels. Da wäre nur einmal die Vase, zack und... Die ist später noch hier, das weiß ich wohl. Ja, da ist das letzte Mal, glaube ich, hier in dem Pavillon. Das ist, glaube ich, das letzte Mal die Vase. Da so. Wichtig. Ich glaube, ich muss erst mal vielleicht mit dem Li Ping-Schinken... Und dann macht der mir einen Weg auf und dann Volksbanken-Reif-Eisenbank. Genau, wir machen den Weg frei. Ja? Ja, scheiße. Obwohl ich sterbe ja gar nicht. Ich kann ja schwimmen. Ich vergiss das schon mal. Hä, im Wasser waren Edelsteine? Okay. Doch, das ist tatsächlich, das sind Edelsteine. Das war aber, glaube ich, im Original auch schon. Ja, das kann sein. Im Original gab es hier übrigens auch einen kleinen Bug. Da konnte man hier unter die Brücke fliegen quasi und hat dann da unten, glaube ich, irgendwie ein Ei eingesammelt, was eigentlich an einer anderen Stelle ist. Aha, okay, das kenne ich nicht. Kannst du hier auch mal probieren. Ja. Aber man hat hier wesentlich, also vielleicht auch nochmal ein Indikator dafür, entweder bin ich besser geworden oder das Spiel ist in Teilen dann doch ein bisschen einfacher, was solche Sachen angeht. Man hat hier wesentlich mehr Leben zur Verfügung, im Normalfall als jetzt in den alten Spyro-Teilen. Weil hier kommst du teilweise schon so auf, sagen wir mal, 20 bis 30 Leben. Ach gut, die hat sich ja meistens im Schnitt auch immer bei den alten Spielen. Ja? Ja, ich glaube schon, so in dem Dreh, ja. So, genau. Hier können wir mit Bentley kämpfen. Ah ja. An alle Entdecker, es gibt hier keinen Yeti und es gab nie einen. Es war nur ein Mythos, wirklich, die Zauberin. Mhm, alles klar, wunderbar. Das wird auch noch schön, Yeti wollte ich schon sagen. Bentley ist auch ein sehr schöner Charakter. Ja, der ist super. Es gibt auch, ehrlich gesagt, keinen von denen, den ich jetzt gar nicht mag. Ich mach den Affen nicht so wirklich. Den Agenten, ja. Jetzt hab ich schon wieder nicht mit dem Viech gesprochen, ne? Ping, ping, ja. Ja, vielleicht hat die noch einen wichtigen Hinweis und eröffnet dir einen Weg oder so. Ja, die müsste mir da vorne eigentlich einen Weg eröffnen und hier das Tor auch öffnen. Ja, dann sprech da vor dem Ping, Ping, wenn sie auch so heißt. Ja, fast. Aber Ping, Ping gibt's bestimmt auch. Der hat jetzt schon Ling, Ling und Sing, Sing. Ja. Vielleicht gibt's ja auch Ding, Ding. Tom ist ja da. Der NRW-Boy-Aktien ist da. Ja! Ach ja. Grüß dir mal, Lieb. Wenn du nochmal irgendwie... Ja, wenn ich ihn mal wieder treffe oder sehe oder spreche. Ach, der Eierdeep, yo. Und übrigens auf deine Frage kurz zu antworten, Dizzle, ähm, doch, das hatte ich auch gesehen, aber ich hab das dann abends nicht mehr so hinbekommen und ich war ja heute auch den Abendtag arbeiten. Bin eben erst kurz vor der Aufnahme tatsächlich nach Hause gekommen. Hatte ich jetzt noch nicht die Zeit für. Er hätte mir was auf, äh, was. Er hätte mir was auf WhatsApp geschickt. Ich dachte, du sprichst mit mir. Deswegen wunderte ich mich, welche Frage habe ich dir denn überhaupt gestellt? Und du hast mal kurz auf deine Frage zu antworten. Ich denk, hä? Ich hab doch gar nichts gesagt. Aber ich hab, ich hab aber auch noch Tizzle gesagt dazu. Nee, hast du nicht. Doch, hab ich. Nee, du hast nur gesagt, mal kurz auf deine Frage zu antworten. Ich denk, hä? Du hast da eben in dem Moment nichts davor gesagt. Sonst wär ich ja nicht so verwirrt gewesen. Nein, du bist auch manchmal verwirrt, auch wenn's kein Grund ist. Grüßchen. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, Tätersil. Es könnte sein, dass sie bekleidet ist. Er trägt eine Kappe mit einem Zeichen vorne. Er spricht kacke Deutsch. Ich bin Julian Müller, Erich. Ich bin Erich Kästner, Julian Müller Straße 66. Ja, stimmt. Und dann die Klingel. Nee, nö, 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 nö. Ach komm. Fick dich doch. Guten Tag, mein Name ist eingebrochen. Er hat sich mit 23 Jahre altem Wasser gelegentlich früh. Das ist auch so geil. So, das haben wir jetzt fertig. Die haben wir auch. Dann können wir jetzt sehen. Realschule, Realschule Praktikum, Praktikum, Realschulabschluss Es tut mir Nein, es tut mir eigentlich nicht leid Aber wir müssen halt manchmal einfach, wenn der Alex und ich aufnehmen Und wenn der Rick und ich aufnehmen Oder wenn wir irgendwie zusammenhocken Als die Frackhessen, die drei, die wir sind Das Trio, das Dreamteam Dann müssen wir einfach manchmal YouTube-Kacke zitieren Das hilft alles nicht Ich bin mit Rick zusammen aufnehmen Auch jedes Mal so Dann landen immer wieder bei irgendwelchen Ah, das geht Twitter Das geht automatisch dann irgendwann Schuil 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 Das sieht aus wie Schuil Das ist dann der Pixel, der fehlt Genau Also ich soll auf seine Freunde ziehen und nicht auf die Rhinox Alles klar Ausnahmsweise Achso, nein, scheiße Ich hab's tatsächlich falsch gemacht Du schaffst es bestimmt beim nächsten Mal Ja Das stimmt Aber er kennt dich noch nicht Das ist der Fehler Setz dieser Error Hä? Ist das auch einer von denen? Wo stehen die denn überall? Ich hab das gar nicht so richtig gesehen Mein Tee ist kalt Ja, meiner auch So, das sieht doch schon besser aus Du mochst das Ich moch das Das schuil mir genau Das ist ja Das ist ja Das müsste ich mir eigentlich auch mal beantworten Das ist so gut Hä? Achso, da ist er hochgekommen Weißt du langsam Ist es dir hochgekommen, ja? Ist zu langsam Ist da Holzbeiken, ne? Der ist auch immer in dir Schlimm Kannst du dich an diese Mission erinnern? Ja, doch Kann ich tatsächlich Echt? Ich bin eingerufen Ich muss auch unbedingt mal wieder Fistus gucken Ja, Fistus ist so gut Fistus ist ein Huren Das ist so geil Und er sagte zu ihm Fick dich, du Hurensohn Ja, das klingt Fick dich, du Hurensohn Das hört sich so richtig schön blöd an Und Gott sprach zu ihm Du bist ein Hurensohn Das ist so richtig schön episch Müsste man fast wieder sagen Das klingt so geil Die Frauen mit den großen Brüsten Oder so Das war doch irgendwie Ich glaube ich Irgendwie sowas Das ist so herrlich Stumm Ich muss dir eigentlich Echt noch ein kleines Video gleich zeigen Ein kurzes Video Ja, dann mal ganz kurz Ja, das ist auch Das ist auch wirklich ganz kurz Gehen nur so 3-4 Minuten Oder so Okay Ach, jetzt habe ich den schon wieder getroffen Weil der mit von dem Abprall Von der Von dem Feuer Was ich schieße Wird er mitgetroffen Es ist doch wohl nicht wahr Ja Ich mag, was, wie eine Spyro aussieht Wenn man die so speziell kriegt Neon wie es ist, so Party Spyro Hyper Hyper Der Hyper Hyper Spyro Happy Hippo Respect to the man in the ice cream bag Wir hätten doch noch hier Was hatten wir für ihn? I'll be able to be a table Genau Müssen wir ihm, also Hans-Peter Eigentlich mal vorschlagen Die waren jetzt letztes Wochen Glaub ich gerade wieder in Bremen Ach geil Hast du die schon live gesehen, ja? Dreimal, ja Lohnt sich? Ich finde es auch geil, ja Du musst halt die Musik mögen Wäre jetzt Es ist eigentlich eine Hinreichend Schwachsinnige Frage gewesen Sonst hättest du dich nicht dreimal angeschaut Wenn sie es geguckt würden Ich fand es beim ersten Mal so scheiße Da habe ich gedacht Nee, ich muss mir das zweites Mal angucken Vielleicht wird es besser Beim dritten Mal war ich überzeugt Nein, ich fand es alle drei Male ziemlich cool Aber wie gesagt Man muss halt mit der Musik noch ein bisschen was anfangen Sonst natürlich nicht Ja klar Ich freue mich schon extrem, muss ich sagen Nächstes Jahr auf Rock am Ringen Wo ich wieder bin Denn da treten unter anderem die Ärzte auf Als Headliner Ach guck mal Also gibt es ja so eine 3 Stunden Show Und mit Fahren und Co Das ist immer schön Bitte Nimm dieses glänzende Ei Es wird dir Glück bringen Mhm Na, wir befreien wir jetzt Rusty Rusty Sehr schön Ja cool Dann haben wir das auch fertig Dann würde ich eigentlich fast sagen Wir hängen einfach nochmal ein bisschen Ein paar Minuten hinten dran Ein bisschen ein paar Minuten? Ja, ein paar Minuten So fünf bis zehn Minuten hinten dran Dann ist das hier quasi die letzte Folge Ist nur heute Und dann habe ich noch kurz Zeit Dir das Video zu zeigen Bis wir 10 Uhr haben Circa Das ist richtig Dann halte ich dich nicht allzu lange auf Digga Habe ich eben verstanden Oder habe ich jetzt gesagt Nee, circa habe ich glaube ich gesagt Achso, ich dachte Digga Ich denke, was mein Mann sagt Digga Aber ich war doch gerade überrascht Das fragst du dich noch, Bro Ja, genau Hast du jetzt echt Ja gesagt So, einmal möchte ich hier kurz nochmal abgehen Ob wir hier noch irgendwo So ein Bambus bedönt So ein Gestrumpel da Ja Ich glaube Ich bin mir auch nicht sicher Ob die Bambusdinger hier Wirklich ein Könnerpunkt sind Wahrscheinlich Neben Original sind sie das auch glaube ich nicht Aber es kann ja sein Was ja neu ist Durchaus Es gibt ja jetzt Auch bei Sparrow 1 bis 3 Dann auch Trophäen zusätzlich Ich glaube Das ist bei der Bentley Mission Mit Bentley musste man irgendwas Ein paar Mal zerstören Das weiß ich Ja, ja Das war auch mit so Wiese und sowas Da musste man so Da kamen so Geröllblöcke auf einen zu Ja, ja Und wenn man die alle kaputt gemacht hat Gab es in den Könnerpunkt Den habe ich sogar bekommen Durch Zufall Auch wenn ich nichts davon wusste Ah Da ist auch nichts Tja, ich glaube Ich glaube, das war es hier in dem Level Erstmal Was ist denn hier unten für eine Plateau? Guck mal, darfst du dir in den letzten 5 bis 10 Minuten noch ein Level aussuchen, was du gerne hättest Da ist nichts Da ist nichts Ja Ja, wäre sehr cool Tizzle Also wenn du auch da sein solltest, dann sag Bescheid Und komm auf jeden Fall zum nächsten Zug zugetreffen So Ui Das ist geflogen Togen, toogen, toogen Ja gut, dann können wir ja Ach komm, wir sind mal nicht so Wir haben es ja Wir gehen einfach mal den normalen Ausgang raus Du bist ja krass drauf Ja, das Bambus ist wieder da Das Bambus, der Bambus Das Bambus ist der Bambus Ich glaube, das Bambus Aber ist auch egal Bei manchen Wörtern denke ich, es geht beides Ich meine, es ist ja der Bus, ne? Der Bambus Richtig Dann muss es doch werden Und es ist alles wieder respawnt Also ist es eigentlich Aber es ist so auffällig irgendwie Weiß ich nicht Naja, das habe ich aber schon öfter gedacht So Habe ich Moment Moment Wir sind ja Wir können noch was machen Ja, dann moch Weißt du auch was? Nein Sagst du mir was? Da siehst du es Ach, der Vasenmann Ach, der Vasenmann Der Vasenmann Ach, hier geht er Genau das habe ich eben nicht gesehen Dass er hier rückwärts runter geht So rum Und hier oben noch in der Ne, jetzt Die stehen da wie bestellt und nicht abgeholt Finde ich gut Die 300 Tankstelle Ach ja Das ist schon schön Auf jeden Fall Wo seid ihr? Da seid ihr Ah, da, 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 rechts Okay Was ist da vorne? Johnny Cage What? Johnny Cage? Johnny Cage Ist ein Charakter aus Model Combat Ich weiß Model, Model Combat. Und als du so, okay, das ist doch die Johnny Cage. Weil in den ersten drei Teilen werden die Namen halt so cool gesagt, wenn sie gewinnen. Ja, stimmt. Johnny Cage. Sonya, wins. Ja, stimmt. Raiden, wins. Ich finde das so cool. Das hat halt noch richtig Charme, diese alte Aussprache. Skorpion, wins. Und dann geil ist auch Sub-Zero. Ja, das ist so geil. Dieses österreichische, ne? Bisschen Sub-Zero. Ja, das ist herrlich, ja. Ich würde das gerne. Oh, habe ich letztens auch, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich drauf kam. Kannst du dich noch an diese eine Stelle bei James Bond 007 Nightfire erinnern? Als wir in der zweiten Mission waren, wo wir auf diesem Flugplatz waren. Und dann sind wir doch irgendwann so hochgegangen. Und da war oben doch so ein Radarturm. Und da sagten die doch dann auch irgendwie, Radio Contact is limited. I don't see my radar either. Ja, genau. Ich kann see no radar either. I can see no radar either. Radio Contact is limited. Stimmt. Ja, ja. Das war cool. I can see no radar either. Lisa. Das war cool. Oh, hoffentlich ist das in der Playstation 2 Version auch so schön stumpf. Ja. Das freut mich. Ja, das Problem ist, ich würde die ja ganz gerne chronologisch durchspielen. Und ich habe glaube ich hier echt drei Teile oder vier Teile auf Playstation 1. Und dann halt noch vier, fünf Stück auf Playstation 2. Und die sind aber alle auch unterschiedlich. Meinte sind halt wirklich so Ego-Shooter mäßig. Meinte sind aber auch wieder ganz anders. Und ich weiß einfach nicht, ob ich die echt alle durchziehen soll. Mal gucken. Also ich weiß auf jeden Fall, dass sich der Nightfire-Teil für die Xbox sehr unterscheidet von dem für den PC. Aha. Also ziemlich andere Level. Ich vermute jetzt fast, dass dann die Playstation 2 Version eher nach der Konsolen-Version geht. Also an der Xbox-Version. Aber es wäre ja auch interessant dadurch auf jeden Fall. Ja, dann sieht man was anderes, ne? Richtig. Und die sollen wohl auch fast alle ziemlich gut sein, die James Bond später habe ich gehört. Deswegen, da würde ich mich sehr freuen. Das würde ich auf jeden Fall bei dir gucken. Und das ist auch so eine Reihe, an dem ich auch noch herantrauen will. Unter anderem zum Beispiel auch Hitman. Hitman würde ich auch mal sehr gerne spielen. Soll auch sehr gut sein. Ja, ja. Geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, ne? Gehört habe ich auch das Wort. Ja. So Leute heimlich abmuxen und sowas. So Splinter Cell-mäßig so ein bisschen Thief. Das ist schon schön. Sehr toll. Das neue Thief ist auch ziemlich geil. Das macht mir wirklich Spaß. Ja, das freut mich auch, muss ich sagen. Das freut mich auch sehr. Super. Da würde ich mich auch noch mal ranwagen wollen. Tatsächlich. Da du jetzt hier eine PS4 hast, holst du sie auch für die PS4. Das ist echt empfehlenswert. Okay. Da ist es dann auch nicht so verpackt, wie du so ein PC hattest. Ja, das war... Da das über den Katzen ist ja so komische Probleme da. Richtig. Ich könnte mir auch vorstellen, und da hatte ich ja hinterher auch die Save-Games, die waren irgendwie weg oder fehlerhaft. Irgendwas war da. Und... Ja. Und da könnte ich... Ich könnte mir aber vorstellen, das ist jetzt ja auch schon wieder zwei, drei Jahre her, dass da irgendwie auch was gepatcht wurde in der Zwischenzeit. Das kann natürlich sein, ja. Ja. So. Dann würde ich sagen, wir machen beim nächsten Mal... Wobei, das machen wir jetzt noch. Komm. Und die Katzen schauen wir uns noch kurz an. Da ist er echt. Ah, mein guter Freund Spyro. Die Zauberin hat diesen Vogel dabei erwischt, wie er Raketen in ihrer Feuerwerksfabrik gezündet hat. Aber ich gebe ihn frei. Vorausgesetzt, du bezahlst seine ausstehenden Geldstrafen. Ja. 700 Ehrerschein zum Befreien des Pinguins. Ja, wir haben ja nur 2.592. Ja, komm, machen wir. Reicht gerade so. Ja. Ich mag sowohl den Blick von Baron Börsenbär, als auch den Blick von ihm da unten im Käfig. Das ist ein leicht angepissten Blick. So, oh du Scheiße. Ah, schön. Aha, was für ein Trottel. Das haben sie echt schön hinbekommen. Das heißt, es ist etwas weit, weit besseres, was du tust, als was du je getan hast. Die Trophäen kriegst du auch hinterhergeschmissen, ne? Du verstehst schon. Ist aber, also man kann hier auch Platin Trophäen holen und das ist teilweise gar nicht mal so einfach. Also zum Beispiel... Das wäre wieder was für Dennis, ja. Ja, ich bin auch im Überlegen, ich wollte eigentlich auch noch so ein paar Trophäen holen, so als Bonus-Stream danach irgendwann, wenn ich die Let's Plays durch habe. Aha. Und es gibt zum Beispiel auch so Platin Trophäen, wo du dann so einen Zwischenboss ohne getroffen zu werden besiegen musst oder sowas, ohne Schaden zu nehmen und so. Das ist schon manchmal gar nicht mal so einfach. Ja. Andererseits, man kriegt ja am Ende dann vielleicht noch so ein kleines Goodie, wenn man das Spiel beendet hat, ohne jetzt zu viel zu verraten. Vielleicht ist es dadurch ein bisschen leichter. Was? Oh. Oh! 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 Wachtmeister Byrd! 9 0 0 6 8! Erwarte Befehle, Sir! Oh! 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 habe und ich wollte sie aufheben hierfür sag mal woher kommst du ich dachte drachen wären seit jahren ausgestorben oder so ja die nachricht von unserem aussterben ist etwas übertrieben wir wollten nur mal unsere ruhe haben also wenn du ruhe haben willst halte ich erst mal von meiner heimatwelt fern ich werde wohl wochen lang weg sprengen wie du sie ihn so süß die charaktere haben sie schön hinbekommen muss ich sagen das freut und wisst ihr was ihr was jemand auch schön hinbekommen hat mich den alex genau wir kennen uns einfach zu gut habe ich den eindruck ja 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 ob das jetzt gut oder schlecht ist weiß ich nicht ja bitteschön ich gebe die blumen bei den eltern weiter ja gerne pass auf dass sie nicht verwelken richtig ja spark sagt auch schon schuss auf jeden fall vielen vielen dank dass ich dabei sein durfte es hat mir sehr sehr viel spaß gemacht ja ja ich bedanke mich bei dir dass du die zeit gefunden hast beziehungsweise die zeit genommen hast und du bist natürlich auch sehr gerne bei etwaigen weiteren let's plays auf diesem kanal wenn sich irgendwie anbietet mit gast kommentatoren immer gerne eingeladen aber sicher ja und ja danke für euch natürlich danke für euch danke an euch natürlich auch fürs zusehen bitte für uns ich bete für euch was nein danke für dank fürs zusehen an euch da draußen jetzt gerade hier live im stream und natürlich auch auf youtube wenn ihr das hinterher seht das freue ich mich sehr und empfehlt uns gerne weiter wie ihr möchtet schaut auch sehr sehr gerne möchte ich an dieser stelle mal sagen beim alex vorbei beim alex flattermann 85 der ist auch schon mittlerweile seit einer halben ewigkeit let's player muss man wirklich so sagen du hast im 2010 angefangen ja es ist krass dass das schon so lange her ist ja das ist jetzt knapp acht jahre her dass alex angefangen hat zu let's play und er ist immer noch dabei und das finde ich sehr cool und er macht das auch wirklich sehr gut ja es macht ihm sehr spaß das merkt das merkt man halt auch dass es ihm sehr viel spaß macht und schaut auf jeden fall bei ihm vorbei wenn ihr es noch nicht tut danke fürs zusehen beim nächsten mal geht es dann hier weiter mit dem sergeant bird level bzw wachtmeister birds stützpunkt stützstrumpf und dann würde ich sagen freue ich mich drauf ihr euch hoffentlich auch danke fürs zusehen danke auch an den chat denn ich werde jetzt hier den stream dann auch beenden an dieser stelle und der nächste stream wird wahrscheinlich sein ich bin gerade überlegen vielleicht montagabend nächste woche montagabend mal schauen aber das muss ich noch mal genau gucken am wochenende habe ich nicht so die zeit aber montag ansonsten irgendwann nächste woche unter der woche so tschüss und bis zum nächsten mal ich wünsche euch allen auch noch einen schönen abend hier hat jemand das guckt und sage tschau bis zum nächsten mal